hallo und herzlich willkommen bei wettkampel ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und ich habe heute das handy spiel cards of heroes fantasy rpg schnell mal starten schnell mal starten und dann warten hoch ja meiner trinke so dann wenn wir erst mal hier drauf vip nein warum soll ich denn hier drauf geben so der leuchtet das nehmen so so grau hafen waren wir den ersten haben wir durchgespielt jetzt spielen wir die zweite autoblame das ist auch nice so dann schauen wir mal hier nach hier ist doch nichts 27 27 17 23 nein ich bin schwertkämpfer deswegen so 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 Das macht er auch automatisch. Ja, hat er nicht genommen. So ein Mist. Ah. Der nimmt nichts auf bei Automatik. Der nimmt nichts auf bei Automatik. Als du, die Rüstung ist doch mal wieder gekommen. Gott sei dank Gott sei dank Gott sei dank Hm, nein. Ach, wie, die ganze möchte ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. So, ach, da muss ich schon. Verkaufen. Das kommt noch alles später, so wie es aussieht. Was soll ich jetzt noch machen? Ich hätte sauber dran kaufen können. Was soll ich jetzt noch machen? Was soll ich jetzt noch machen? Ja. 26, ich habe 23, das ist doch gut. Und Automatik. Ja. Hm. Ja. Ja. Wow. Was ist das denn? Alles nehmen. Lebenden. Und komm. Letzte Runde. Aber er will noch das anlegen. Das ist bestimmt die gleiche. Ja. Da sieht ja mein Krieger schon fast aus wie ein Krieger. Zumindest wie ein kleiner Krieger. Da ist doch was drin, ne? Was ist denn das? Was ist denn das? Ist das ein Gegner? Ja, das sind Gegner. Ich sage mal. Ja. Ist das eine? Ja. Ja. Das ist ein, was ich. Vielen Dank. Vielen Dank. So, das war glaube ich jetzt alles. Dann muss ich hier ein paar Tränke machen. Auf Verkaufen gehen. Und Verkaufen, Verkaufen. Ich bin ja schon reich. Ich habe fast 1000 Gold. Mehr kann ich noch nicht hier machen. Na gut, sind wir sowieso fertig. Meine Zeit ist abgelaufen, die 10 Minuten. Dann werde ich doch mal jetzt gucken. Mal da rauf gehen. Dann werde ich jetzt erstmal gucken, wie unser Ticket heute aussieht. Hey, ich habe auf Wende gedrückt. Ah, okay. Möchtest du wirklich verlassen? Verlassen. Okay, drei solche Steine. Ticket einsammeln. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir nicht zu mir seid. Bis dahin. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.